Ja und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talk Empire of the Underground. Oh, wir sind hier schon. Wir sind hier, aber als die Son und die Moon sind in alignment und die erste Springtide der Monat kommt, die Hightide wird näher zu den Intrepid Anten. Seemingly aware der Anke, diese Colonien sind bereit, um die Höhe zu verlosen, da ist nur eine Weg um die Bank und die Route ist nun bei einer kleinen Rufa-Colony. Die Defenders werden sie behaupten, um die Anke gegen die Anke-Siege zu halten. Es wird drei Tage bevor die Hightide gewartet, die Competition auszultert. Wenn die Kölner überlebt, wird sie das Meer behauptet. Aber das wird nicht eine einfache Kampf sein. Ganz fix mal hier sagen, Gruppe Nummer 1 dahin, rein mal Futter und dann hauen wir hier gleich die ersten Nahkämpfer ab, wie auch immer hin. Ach, weißt du was, das nehmen wir mal alles hier weg. So, das nehmen wir mal alles hier weg. Fertig jetzt. Although the nests nearer the water have better access to the food washed up by the sea, this roofer colony need not starve. The plant life growing nearby is home to herds of grey aphids. As they feed on plant sap, these tiny insects excrete droplets of honeydew, which the wood ants find irresistible. They need only protect the aphids from danger to receive a constant supply of sugary liquid. Doing so is not always simple, however. Hungry ladybird beetles know exactly where the aphids like to graze. They can strip an unguarded stem bare in a mere matter of minutes. The ants will need to keep a close watch over their flock. Ah, ne, halt, oberhalb. Soll dann hier... So. Käfer sein. Das sind Käfer, gehe ich mal davon aus, weil die sich bewegen. Aber die sollen irgendwas haben? Wow. Oh, Marienkäfer, cool. Können wir die auch fressen? Keine Ahnung. Na gut, wir machen erstmal hier kurz weiter. Damit wir jetzt ein paar Kämpfer bekommen. So, was haben wir denn hier? Oh, hier ist der Fisch. 15.000. Okay. Das wäre ein weiter Weg. Aber acht können mit eh mal ran. Uh. Uh, hier sind ja drei Ameisenkolonien. Okay. Das wird ein wenig schwierig. Oh, oh. Eingekriffen? Achso, okay, gut. So, genau. Tragt man das ganze Zeug hier dann wieder zurück? Und jetzt sehen die unendlich, die Käfer? Äh? Die müssen wir mal unbedingt erstmal hier meine Kämpfer mal rausholen. Damit wir jetzt ein paar neue dazukommen. So, ähm. Genau, so. Machen wir von ein paar Kämpfer, paar Fernkämpfer. Äh, nah und Fernkämpfer auf jeden Fall hin. Wir halten, wir tauschen. Wir machen das so. Zack, hier nach oben. So, das heißt, dann setze ich die zwei auf die Amtsseite rüber. Was macht du auch dann der hier dann? Oh. Der frisst die. Oder muss ich aber mich hier mal fix beilen? Dann werden wir mal Futter einlagern. Auf jeden Fall. Ähm. Sag ich nochmal hier. Zack, rüber. A party of Formica, Fusca, Black Ants are heading inland. The high ground roofer colony must defend their territory. Oh nein. Die werden also angegriffen. Und nochmal ein Kämpfer hier hin. Okay. Ähm. Und die zwei da hin. Na, na, los. Die roofer colony on the low ground are sending troops to clear a path for their queen. The high ground colony must keep them at bay. Oh, das sind die Mörser, die sie haben. Okay. Muss ich jetzt kämpfen gegen die? Machen natürlich auch mein Leben schwer. Okay. 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 Hmm. The lower ground colonies have relented their siege for now. Night approaches. And with it, it brings a host of nocturnal predators out onto the beach. The high ground ants could go underground to wait out the night, but they would have to leave their precious aphids unguarded. It is a difficult choice for this colony. Face the peril out in the open, or hide away and risk losing their only reliable source of food. Okay. Mist, 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 mist. Oh, there are always more. Okay, okay, okay. We have to go here. Oh. The colony is starving. There is not enough food to feed the new brood. Okay. I have to focus on the big and big. The ants will fight to the death. The ants will fight to the death. The ants will fight to the death. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. There is a big one. Go, 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 go. Puh. okay 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 wir müssen noch folgendes machen das abreißen und dann noch mal eine fernkampf einsetzen ich weiß nicht ob wir so einen dicken schon schaffen nee der ist noch zu heftig bleib drinne bleib drinne bleib drinne bleib drinne aber wisst ihr was wir bleiben drinne und machen drin mal ein bisschen rabats wir machen es einfach mal so da 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 oh nein Mist, ausrechtlich so eine Königin gleich erwischt Okay, geschafft Okay, okay Puh Was ist das los? Hier sind jeweils eine Königin dann Uh, dann wird das hart Okay Noch ein bisschen Futter Ja, dann sammeln wir uns mal hier unten alle Also, die verlocken ja doch schon Aber Ich weiß nicht So, okay, eins Das kriegen wir auf jeden Fall locker hin So Also, das nächste Futter ranholen Okay Dann machen wir die Fernkämpfer nochmal updaten Genau, holt euch das noch So Dawn breaks And the battle for the high ground will soon continue Many aphids were eaten in the night The high ground colony must ration their food carefully Okay Wir gehen nochmal schnell mit der 1 hier hin Die battle Has begun Okay Den haben wir auf jeden Fall locker weggemacht Die haben ja alles weggefressen Oh The Fusca colony is sending a wave of warriors to clear a path for their queen Okay Okay Wir entsenden Kämpfer Wir treten ihnen entgegen So So Los geht's The ants will fight To the death Okay Ich probiere es einfach mal Irgendwärts auszuschicken Oh nein Die greifen mich jetzt auch noch an Oder was The Rufa colony is sending another assault They are desperate to reach higher ground Ach Mist Oh man, 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 man Oh man, 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 man Okay Konnten sie gewinnen Dann wieder zurück All meine Kämpfer Rücken nochmal ein bisschen Bisch ran Bei dir im Moment so Stillschweigend sind Ist ja okay Warum nur 12 More black ants are emerging from the Fusca nest Oh nein Kann doch nicht wahr sein Mist The ants must fight Oh Verdammt The ants must protect the queen Oh 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 Kommt zurück Schneller, Jungs Die Königin Ist in Gefahr Jungs Die Königin Eure Chefin More soldiers are emerging from the Rufa nest Wie soll ich das denn aufhalten Müssen wir hier bisschen Nektar holen Auch wenn es echt nicht viel ist Oh, es wird schon wieder dunkel, so wie es aussieht Ah, nee Das Kann doch das Feld hier machen Okay, um Night falls And a temporary truce emerges between the warring colonies Once again the high ground wood ants must make a choice Do they defend the aphids Or will they hide Resting their forces until the morning Ja, jetzt wird es dunkel Okay Ab Zurück Dann Machen wir halt hier mal Ein wenig Bleibt uns durchslandes übrig Wir müssen dann erstmal in unserer Ja, halt Und spinnen dazu Wow Okay Okay Den kriege ich noch platt ohne Probleme Das Futter heranschaffen muss Puh, wie soll ich das bloß Das ist echt also Schwierig Gerade Okay Ähm Da unten Und da noch Okay Ah, wir gehen gleich von unserer Königin aus Los hin Die Ants will fight to the death Hm, genau Bringt das Essen ran So Mit der 2 gehen wir mal hier nach oben Die Ants müssen fight Ja, los Kalt euch das Zeug Die 1 geb ich mal wieder auf So, alles darauf Und ab dahin Los Puh Okay Ah, mein Futter ist voll Das ist kein Problem Das heißt, wir machen nochmal ein paar Stern Ein paar Nahkämpfer Die werden jetzt platt gemacht Eingesammelt Und Guckt mal hier zurück Auch die nächste Hier drüben Die nächsten einfach davon Ja, schön, dass ihr da bleibt Das kann noch nicht wahr sein Dann rennen die da nicht Okay Okay Kemp, kemp, kemp Die workers Die workers Have done all they can To prepare this brood chamber Achso, ich kann ja nichts mehr machen Stimmt ja Okay Alle nach unten Die nächsten, die wir ausbluten lassen Ist jetzt hier Gehen wir mal mal Kraftwerk ein Okay The battle has begun Ja Den Kampf haben wir auch gewonnen Das ist doch perfekt Dawn breaks Und die battle For the high ground Will soon continue Many aphids Were eaten in the night The high ground colony Must ration their food Carefully Ja Das wird jetzt echt schwierig Muss ich nicht zugeben Okay 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 Okay. More black ants are emerging from the fusca nest. Okay. Nochmal schwarze Ameisen. Vielleicht müssen wir gleich mal hier noch reingehen. So. Ich komme nicht ran. Hm. So. Die eins. Okay. Mist. Ich muss aber mit der 2 hier. Ja. Mit der 2 zurück. Die Ante werden bis zum Tod kämpfen. So. Okay. Okay. Und hin. Los. Okay. 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 So. sten Himmels. Both lower ground colonies are now sending out armies at the same time. Okay, sie schicken zu zweit eine gleiche Armee los. Kann ich noch irgendjemand ausbauen? Nur noch den da. Diese Kolonie muss immer klein sein für jetzt. Food ist zu schwerer, zu unterstützen größere Numbers. Okay, eher darüber, die zwei... Black ants and wood ants are heading from their nests to the high ground. Oh nein, 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 meine Freunde, wir müssen wieder zurückkommen. Und wenigstens ein paar haben es geschafft. Oh, jetzt greifen die zu zweit auch noch an, ey. Ah, nee, halt, ähm. Nacht fällt, und eine temporary truce entsteht zwischen den Warring-Colonien. Once again, die hohe Grounds-Wood-Ants müssen eine Wahl machen. Sie schützen die Aphids, oder sie schützen sie, um ihre Wurzeln zu haben. Wollen wir auf jeden Fall upgraden und noch mal ein paar... Ne, haben nichts mehr. Kommt Jungs, geht da hin. Das solltet ihr zwar nicht machen, aber ist egal. Ich brauch einfach noch Fleisch. So, nochmal upgraden. Mist, geht nicht. Eine Königin ist platt. Zweike Königin. Krabbe ist platt. Okay, wir können wieder upgraden. Auf jeden Fall. So, eins und zwei. Jetzt muss ich auf jeden Fall hier mal mitmachen. So. 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 Diese Kolonie muss bis jetzt klein bleiben. Essen ist zu schwer, um größere Nummern zu unterstützen. Ähm... Auf jeden Fall das Futter muss hier noch abgetragen werden. 40 und 55. Wir gehen nochmal hier rüber. Hier sind ein paar mehr. Weil der Rest macht dann der Rest von uns noch, äh, von den anderen. So, ähm... Okay, geht nicht mehr. Puh, Gruppe 2 ist echt gut. Also... Oh, wie viele denn noch? Achso, die Ameisen. Okay, dann die 1, äh, die 2, die 1, die gräbt auch noch mit. Er trägt mit. Sind auch nur noch Ameisen. Okay, mein Essen ist wieder voll. So. Okay, alle wieder zurück. Okay. Ähm... Habe ich jetzt auch hier alles abgeerntet. Mal gucken. Ich glaube ja. Ja, jetzt habe ich hier alles abgeerntet. Okay. Also... Ich gebe mal davon aus, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Wir stellen uns mal hier unten. So. Ja. A large black ant force has been sent from the fusca nest. Ach, ich wusste es. Dass wir jetzt wieder angegriffen werden. Okay. 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 More wood ants are heading toward the high ground colony. Okay. The battle has begun. I hope that our food will be enough. Okay, you know what? Here we have all the food. Okay. Okay. Okay, ähm, auch. Das Futter reiß ich da mal weg. Both lower ground colonies are now sending out armies at the same time. Ja, toll, wie soll ich... Ich hab ja kaum noch was zu fressen, ey. The battle has begun. Okay, die 3 ist da. Die 2 ist da, die 3 ist da. Dann schieb ich die nur da rüber. Genau, die 1 muss man ganz fixieren. Oh, die nächsten Angreifer, ey. The day is almost over. The low ground is already starting to flood. The lower ground nests are emptying completely. And the ants are rushing up the bank. This is their final assault. Die kommen mit der Ameisenkönigin. The ants will fight to the death. Oh. Fuck. Na los, alle Ameisenkönigin. Oh. Sieht aber ganz gut aus. Ja, also im Kämpfer haben wir gleich einen Platz. Klasse, wir haben's. Wir haben als einziges überlebt. Sehr schön, das Wasser ist gestiegen. Sie sind dazu gezwungen, rauszukommen. Puh, gerade noch so geschafft. Die wood ants upon the hill have finally defeated their would-be successors. Tomorrow their empire will expand to the undefended intertidal flats below, commanding both the aphid farms and the bounty of the sea. This colony will rise to become an undeniable power in the undergrowth.